Hallo Welt! Ja, da sind wir wieder und wir landen sofort hier nochmal auf einem Planeten, nämlich auf Xerxamus. Nachdem wir Drosian geerntet haben, geht es da jetzt in... ...und ja, nicht ganz so schön übersichtlich. Nehmen wir schön die Pflanzen mit von hier. Dafür aber schön hell hier. Moment, müssen wir... Oh, oh, da sind schon wieder... ...sieht man jetzt nicht, aber ich habe schon gehört, was da für welche kommen. Habt ihr die erwischt? Und nichts schönes für uns mit... Ey, jetzt, jetzt nehmt ihr das... Ich frage mich, wonach ihr das aussucht. Dann mach ich das hier. Lithium-Erz. Ich glaube, bevor wir starten sollten wir was mitnehmen können. Was macht ihr? Pause? Was habt ihr denn? Worauf schießt ihr hier? Ich hab noch gar keine Gegner gesehen. Wir haben nur einen Geschützturm diesmal aufgebaut. Was ist das? Das ist... Ja, diesmal machen wir den Blödsinn. Das brauchen wir gar nicht. Eisen. Ah, okay. Voll beladen, okay. Nichts viel weg von hier. Ich hab keinen Alien gesehen. Egal, nichts viel weg. Oh, nein, falsche... Äh, wo ist unsere Konsole her? 10, 9, launch sequence activated. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Naja, wenn die so poltern, dann kann man sich ja schon denken, was das für welche sind. Diese großen, langsamen. Neue Materialien wurden refineriert. Ungewöhnliches Geräusch gerade. Zum Schwefel lassen wir uns nicht entgehen. Und ähm... Schwefelherz. Ja komm, dann landen wir hier nochmal. Landungsschiff wird entladen. Vielleicht brauchen wir einen zweiten Hangar irgendwann mal. Direkt daneben. Ach komm, so lange können wir ja wohl warten. Die zwei Sekunden. Die geben sich doch schon alle Mühe. 10, 9, launch sequence activated. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Launch sequence activated. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Was ist denn hier los? Weapons activated. Für eine Suppe. Was wollten wir denn hier überhaupt? Weapons activated. Das lassen wir uns nicht entgehen, habe ich gesagt. Und was war das? Schwefel. 5, 4, Intendent. 5, 4, Intendent. 5, 4, Intendent. 5, 4, Intendent. 5, 1, 0. 5, 4, Intendent. Voll beladen. Okay. Gut, dass wir unseren Annäherungssensor haben, ja. Der immer piept, wenn Gefahr droht. Oh, da sehen wir diesmal wenigstens ein, zwei Aliens. Alles gut. So, als nächstes können wir also, da ist noch zweimal Schwefelerz, sollen wir dafür nochmal runter? Hier bekommen wir Lithium. Hm, boah, dafür gehen wir da nicht nochmal runter, denke ich. Eisen raffiniert, ja. Eisen, Schwefel hier oben. Ja, Schwefel, glaube ich, sammeln wir mal ein. Ach, das ist aus jetzt. Ach, das wollte ich mal angucken, ja. Biomasse 1, 60. Halten und Gesundheit erhöhen, aha. Joa. Volle Gesundheit haben wir schon. Habt ihr gemerkt? Ich bin nicht ins Lager gegangen diesmal. Oh, hoppla. Schwefel nehmen wir mit von hier. Ich glaube, Eisen brauchen wir nicht. Versuchen wir das nochmal hier von dieser Seite. Oh. 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 Resource beaming complete. Resource acquired. Resource beaming complete. Resource beaming complete. Resource acquired. Resource acquired. New materials have been refined. Das mit dem Schwefel, das gefällt mir richtig gut. Was ist los? Kein Schwefel mehr da, hm? Oh, doch, zwei Schwefel hier noch. Kein freier Platz im Lager. Sehr schön. Oh, so viele können wir bauen. Das ist aber schön. Dann packen wir unser Inventar erstmal voll. Das war's schon. Haben wir gleich voll den Schrank, ja? New materials have been refined. Access granted. Oh, ho, 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 ho. Das ist schön. Ja, wer weiß, was noch auf uns zukommt. Äh, nicht immer alles so schwarz sehen. Freuen. Dass wir das endlich voll haben mal. Oh, oh, haben wir den, den haben wir angelassen hier, oder? Ihr werdet ja wohl hier nichts reingelassen haben. Nein, 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 das ist inaktiv. Müssen wir nochmal sagen. Hier, die beiden Schwefelteile nehmen wir noch mit. Dankeschön. Resource beaming complete. Resource acquired. Resource beaming complete. Resource is collected. New materiales have been refined. Gut. Was haben wir denn hier schönes? Seleni haben wir mitgebracht. Die DNA dieser Kreatur verbessert Resistenzen und verringert die. Kennst. Alles gut, ist keiner durchgekommen. Hier unten auch nicht. Hat sich keiner versteckt. Eine nicht so intelligente Art, leider. Dann haben wir Schwefel mitgenommen. Eisen, glaube ich, müssen wir nicht unbedingt, oder? Eisen finden wir doch fast überall. Aber Schwefel ist gut. Processing. Passt das überhaupt noch rein? Access granted. Mhm. Bisschen Platz haben wir noch. Ja, was ist denn hier mit dem Lithium los bei euch? Haben wir so wenig Lithium, dass wir keine Energiebarriere herstellen können? Keine Energiezellen auch nicht? Neue Materialien haben sie refineriert. Gut, liebe Welt da draußen. Wir wollten uns ja etwas auf unserem PDA angucken. So, die Mission, da sind wir dabei, die zu lösen. Captain's Lock, wie geht's uns? Gesundheits-Gesundheits-Upgrade. 5%-Geschwindigkeits-Upgrade plus 5%. Ach, deswegen flitzen wir rum die ganze Zeit. Laser-Gewehr-Upgrade. Sehr schön. Und noch kein Rüstungs-Upgrade. Ich dachte, wir hätten mal eine Rüstungs-Upgrade gefunden. Ich bin mir sogar sicher, wir haben das gefunden. Und Fundorte, okay. Vertriebwerk Sturmgewehr. Ach, Fundorte für einen Bauplan fürs Sturmgewehr. Na gut. Überlebens. Geschichten brauchen wir gerade nicht. Schiffsfarbe, nein. Schiffsname, nein. Okay. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Auf zur Brücke! Wir suchen ja immer noch. Ach, jetzt kommt das Lithium langsam rein. Wie viel haben wir denn an Lithium? Warum ist das schwarz? Öh, Weltraumschrott wird gescannt. Okay, wir machen mal schneller hier. Ich dachte, wir hätten das alles schon gescannt. Hier, in diesem Quadranten. Ah, Clashut haben wir noch nicht gescannt. Ja, das kann sein. Pinker Mühlen. Auch noch nicht, aha. Lugdrohl. Und Weltraumschrott nochmal. Na, dann gucken wir uns aber auch nochmal um, was wir hier alles so haben. Das geht ja doch hier schneller über den, als über diesen. Aber es macht mehr Spaß über diesen hier. Gefahr niedrig bei uns. Ja, da gibt es, war, Moment, das ist gefährlich hier. Lithium, zwei, neun von, zwei neue Fundworte. Aber gefährlicher Planet. Neue Materialien haben wurden refineriert. Jetzt kommt das Lithium rein, so langsam. Das gefällt mir. Weltraumschrott. Das ist aber mit Sicherheit alles nicht gemeint. Hier, Kupfer. Mann, da hätten wir Kupfer. Ach, kosmische Sporen, da brauchen wir gar nicht zu gucken, oder? Äh, Kupfer. Niedrig, aber jetzt sind da Weltraumsporen. Die werden wir nie wieder los, wenn wir die einmal an Bord haben. Eisenerz und einen neuen Fundort. Gefahr niedrig hier. Gefahr hoch. Mhm. Das ist jetzt Kupfer wieder. Kupfererz nochmal. Und zwölfmal Kupfer. Gefahr niedrig. Aber wie gesagt, da sind Weltraumsporen gerade in der Gegend. Hier, hier reisen wir hin. Oder? Aluminium. Eisen. Nur für Aluminium im Moment brauchen wir kein Aluminium. Neue Materialien haben sich aufgefahren. Also, geht's da auch nicht hin? Und hier oben? Oh, die oben zingeln uns die Sporen. Das werden auch immer mehr. So, hier oben ist Kupfer. Ist niedrig, aber... Hier Schwefe. Also, da sind ja die Weltraumsporen. Ah, eine Palme. Oh. Auf Xerzarol ist eine Palme. Und? Von Ganti. Doppelt. Gut. Ist das da? Können wir die beide... Wachsen die beide nebeneinander? Können wir die also beide auch in einem Treibhaus vielleicht kultivieren? Mh... Lithium, Erz, Uran, Erz, Lithium, Eisen. Alles nix. Ja, vor allem, äh... Ne? Pilze da. So, da wollen wir nicht hin. Ah, Weltraumsporen, meine ich. Großräumig umfliegen? Ja, wir können ruhig... Wir können ruhig da so... Daneben herfliegen. Sollte klappen. Und vielleicht sofort weiter. Hier ist ja sonst nichts. Warning. Prepare for hyperdrive. Oh, das dauert aber sehr viel länger, wenn wir das hier so händisch machen. Aber Kerner. Kerner, die Gefahr ist niedrig. Wir finden dort Schwefel. Und zwei neue Fundorte. Zack. Da haben wir doch schon was gefunden. Hier haben wir Schrott. Und Xernus. Wahrscheinlich können wir dann doch auf Xernus landen. Eisen haben wir hier. Und unten auf Sorzaris vielleicht auch. Und Schwefel haben wir da. Siebenmal Eis... Äh, Eisenerz, meine ich. Und einen neuen Fundort hier oben. Drei neue Fundorte, ja. Und Yari, HCI. Das lassen wir uns nicht entgehen. In der nächsten Folge werden wir uns da also umgucken. Kommen wir denn da schon hin? Nein, da müssen wir noch einmal den Hypersprung wagen. In diese Richtung. Und dann sind wir ja auch fast schon am Ziel. Na, ich meine unser Ziel müsste hier so ungefähr sein. Ein bisschen haben wir noch. Aber die Hälfte haben wir... Mehr als die Hälfte haben wir schon geschafft. So, jetzt gehen wir aber mal hier dran noch. Scannen hier. Das geht ein bisschen schneller. So, Parzaok. Können wir da irgendwas zuschreiben? Xerzarol. Hatten wir nicht Xerzarol schon? Kommt mir so bekannt vor. Galun. Und Laisinto. Laisinto. Weltraumschrott. Oh, so viel? So, Baku. Mit zwei Monden. Ach, die sehen immer gleich aus, die Bilder. Saizito. Saizito. So, Vinis. Wow, was kennen wir denn hier alles? Weltraumschrott. Jevenin. Jevenin. Und das war's, liebe Welt da draußen. Wir sind am Ende der Folge. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.